Wenn Sie ein Grundstück kaufen oder kaufen wollen, was müssen Sie da in puncto Elektrosmog beachten? Darum geht es gleich im Interview mit Joachim Kaiser, der heute bei uns im Büro ist. Elektrosmog, ganz wichtiges Thema, wird immer heißer, wird immer heftiger diskutiert und wir wollen damit auch beginnen, um zu sagen, ganz am Anfang, bevor Sie bauen, was ist denn da wichtig, was können Sie da schon beachten, damit Sie hinterher keine bösen Überraschungen haben. Joachim Kaiser, Baubiologe und Schlafplatz-Experte in diesem Sinne, hat da viel Erfahrung und kann uns darüber berichten. Herr Kaiser, ich habe ein Grundstück, das mir angeboten worden ist und jetzt möchte ich das mal aus den Kriterien, das von dem Elektrosmog her mal bewerten. Was habe ich denn da für Möglichkeiten? Also zunächst einmal wäre mir jetzt wichtig, wenn es mein Grundstück wäre, dass da kein Hochspannungsmast auf dem Grundstück steht, der zum Beispiel sehr starke Ströme transportiert. So 380 Kilowolt Leitung sollte man nicht unbedingt in der Nähe haben. Was heißt denn in der Nähe? Also das ist direkt über mein Haus geht, ist vielleicht ja schon sehr extrem, aber... Ja, das wäre vielleicht extrem, aber es gibt natürlich auch, wenn es an der Seite vorbeilauft irgendwie, wenn man da jetzt nicht bei so einem richtig großen Mast mehrere hundert Meter Abstand hat, dann ist das nicht gut. Kann man denn das messen, was da noch ankommt auf dem Grundstück, an Feldern? Ja, klar. Das geht. Da gibt es alles physikalische Messgeräte, wo man dann sieht, so hoch ist es. Ja, und das blöde an magnetischen Feldern, wo es so einen Hochspannungsmast zeigt, die lassen sich nur sehr schwer abschirmen. Also da hat man auch dann, wenn man tatsächlich das Haus baut, hätte man es dann schwer, das tatsächlich wegzukriegen. Genau, so magnetische Felder, so hoch, lassen sich, wie gesagt, sehr schwer abschirmen. Da hilft am besten nur Abstand, weil sonst wird es richtig teuer. Also Finger weg von Häusern, die in der Nähe von Hochspannungsleitungen stehen. Ich meine, das kann jeder selber gucken, nur wenn er unsicher ist, dann wären Sie derjenige, der da an der Stelle mal nachmisst und sagt, hier kommt noch was an oder das ist jetzt weit genug weg. Ja, es gibt ja auch kleinere. Also die 380 Kilovolt sind natürlich eine sehr starke Belastung dann. Wenn man jetzt allerdings schaut, viele Sendemaste, ich habe auch schon den Fall gehabt von diesen Hochspannungsleitungen, die an der Grundstücksgrenze stehen und das Haus, sagen wir mal, 20, 30 Meter weg ist davon, wenn das ein kleiner ist, wo zum Beispiel nur 10 KV transportiert oder 60, dann ist der Abstand natürlich entsprechend kleiner und dann reicht das aus, wenn man 30, 40 Meter neben dran ist und dann funktioniert es auch wieder in der Regel. Okay, das ist dann das, was ein Laie, glaube ich, dann nicht mehr so ohne weiteres beurteilen kann. Dann macht es Sinn, man misst es mal nach. Ja, richtig. Ja, zweiter Punkt ist natürlich Handymasten. So ein Handymast, das sieht man ja immer mehr, auch auf Häusern, direkt auf Einfamilienhäusern oben drauf, die dann das ganze Gebiet versorgen und so weiter und so fort. Jetzt will ich so ein Grundstück kaufen. Wie kann ich da vorgehen? Ist das wichtig, das zu beachten? Ja, ich habe im Jahr 2004, war das bereits im Wochenblatt, in der Ravensburger Ausgabe war das, wenn ich das richtig weiß noch, ein Bericht drin, Wertminderung bei Mobilfunk, dass da teilweise wirklich Immobilien und Grundstücke wertmindernd eingestuft waren und deshalb kann man da natürlich entsprechend beim Hausbau darauf achten, dass man nicht in der Nähe von Sommermast ist. Allerdings wird das natürlich auch nachgerüstet zum Teil, wenn man das Grundstück dann schon gekauft hat und dann kann man während dem Hausbau sich entsprechend die Maßnahmen beachten. Also wenn ich jetzt gucke, wo so ein Handymast ist, vielleicht sehe ich den ja oder weiß das ja auch. Ich meine, dann ist es ja ganz einfach, aber für den Leih ist es vielleicht nicht unbedingt immer ersichtlich, was ist ein Handymast und was ist ein anderer Mast, der irgendwo rumsteht. Wie kann der da vorgehen, wenn er sagt, ich habe hier ein Grundstück im Angebot, möchte das gerne kaufen. Was kann der da tun? Also wenn er wissen will, wo die nächsten Sendemasten sind, dann gibt es eine ganz interessante Internetseite von der Bundesnetzagentur. Das heißt EMF Datenbank, also EMF elektromagnetische Felder, EMF Datenbank und da kann man dann wie bei Google Maps dann die Postleitzahl eingeben und die Straße mit Hausnummer und dann werden die umliegenden Masten da angezeigt auf der Karte. Das ist ja spannend. Wir blenden Ihnen gerne unten die Seite entsprechend ein, dann können Sie da drauflegen, weil das macht natürlich Sinn für unsere Kunden erstmal zu gucken, wo ist denn so ein Handymast in der Nähe. Und wenn ich da einen finde, der dann sage ich mal 200 Meter weg ist, heißt das dann gleich Finger weg vom Grundstück? Nicht unbedingt. Also das kommt immer auf die Richtung drauf an, in welche Richtung jetzt die Sendeleistung stattfindet. Das heißt, das kann dann auch sein, dass der geht am Haus vorbei, die Hauptstrahlungsrichtung geht am Haus vorbei oder auch nicht, je nachdem. Das müsste man dann halt entsprechend am Grundstück dann messtechnisch feststellen. Kann man das bereits schon am Grundstück feststellen, wenn das Haus noch nicht gebaut ist? Das geht, ja. Ja, weil da bin ich ja, stehe ich ja, sagen wir mal, am Grundstück und wenn ich da noch vier Geschosse draufbaue, kann das oben und unten unterschiedlich sein? Das kann auch unterschiedlich sein, ja, weil manchmal sind die ja auch auf einer Anhöhe, die Sende-Masten und dann ist da natürlich eine unterschiedliche Richtung, also die Strahlrichtung immer gleich, aber natürlich die Streuung eine andere und da kann es dann schon sein, dass das unten ganz anders ist wie oben. Deshalb macht es schon Sinn, sich auch mal auf dem Grundstück anzuschauen, das Messergebnis und gleichzeitig zu schauen, wie ist die topografische Lage von dem Sende-Mast? Anhand von der topografischen Lage kann man das dann einschätzen, wie das dann ausgeht. Spannend, immer mehr Menschen telefonieren mit Handy, jeder hat ein Smartphone etc. mit P, aber dass ein Sende-Mast tatsächlich dazu führt, dass ein Grundstück vielleicht auch an Wert verliert, ist natürlich eine spannende Erkenntnis. Trotzdem müssen wir uns als Bewohner und als Architekten und Beratende natürlich wappnen, damit Menschen trotzdem in den Gebieten auch wohnen können, wo vielleicht so ein Handy-Mast nachgerüstet werden wird. Wir haben in einer der vorgegangenen Videos auch schon die Maßnahmen erläutert, die man dann machen kann, wenn es zu spät ist, also wenn man schon gebaut hat und wenn man dann feststellt, dass der Elektrosmog einem nicht gut tut, dann gibt es da in den Videos, die wir schon gemacht haben, einige Tipps auch von Herrn Kaiser, der uns da beraten hat. Das heißt, Immobilienmakler bzw. Sie als Bauherr, wenn Sie ein Grundstück kaufen, müssen dieses Kriterium auch mit in Betracht ziehen. Vielleicht ist es ja auch ein ganz guter Verhandlungspunkt, um ein Grundstück vielleicht günstiger zu kriegen, wenn Sie das dann wollen. In diesem Sinn danke ich Ihnen, Herr Kaiser, herzlichen Dank für die Informationen und viel Spaß beim Grundstück aussuchen und Grundstück kaufen. Vielen Dank.